Aufgrund der Weltmeisterschaft 1982 fand dieses Endspiel nicht nach der Meisterschaft statt, sondern drei Wochen vor dem 34. Spieltag. Das Duell Favorit gegen Außenseiter. Bayern München träumte noch von drei Titeln. Von der Titelverteidigung in der Bundesliga, sie standen im Endspiel des Europapokals, der Landesmeister gegen Aston Villa und wollten mit dem DFB-Pokal-Triumph die Weichen stellen für eine Drei-Titel-Saison. Der 1. FC Nürnberg war überraschend in dieses Finale eingezogen. Erst 1980 aufgestiegen nach schlimmen Jahren in der 2. Liga in den 70er Jahren. Sie waren noch Rekordmeister. Neun Titel in der Meisterschaft für die Nürnberger. Die Bayern standen zu diesem Zeitpunkt bei sieben. Aber Favorit natürlich das Team in Rot, der FC Bayern München. Eine neu formierte Mannschaft mit den beiden Superstars, dem zurückgeholten Paul Breitner und vorne Karl-Heinz Rummenigge. Trainer war Paul Tschernay. Das ist Wolfgang Kraus auf Dremler. Der trug die Nummer 10, war aber ein defensiver Mittelfeldakteur. Sofort Spielkontrolle der Münchner Bayern. Bernd Dürnberger. Die Nummer 7 des FC Bayern. Zwölf Jahre lang Stammspieler des Vereins. 375 Bundesligaspiele. Aber ein Länderspiel hat Bernd Dürnberger nie bestritten. Seltsam. Freistoß nach 5 Minuten. Das ist Breitner. Bisschen lässig. Flanke von Bayer Lorzer und erste Ecke für die Münchner Bayern. Elf lange Jahre hatte Bayern München kein DFB-Pokalendspiel mehr bestritten. In dieser Zwischenzeit, in diesen elf Jahren, waren sie fünfmal Meister geworden, dreimal Europapokalsieger. Aber ein DFB-Pokalendspiel hatten sie zuletzt 1971 absolviert. Im Tor bei den Nürnbergern betreut von Udo Klug Rudi Kagus, der erfahrene Mann, der mit dem HSV auch schon Meisterschaft und Pokal errungen hatte. Norbert Schlegel. Und das ist ein Versuch von Peter Stocker. Er spielt im rechten Mittelfeld des FCN. Muntere Anfangsphase. Viertelstunde mittlerweile vorbei. Horstmann, der Linksverteidiger, gibt den Ball nach vorne und ein böser Zusammenprall. Das sah im ersten Moment gar nicht so schlimm aus. Aber diese Szene hatte weitreichende Folgen für dieses Endspiel. Aluiz Reinhardt, der Nürnberger an Boden. Genauso wie Dieter Hoeneß, Mittelstürmer des FC Bayern München. Der Auftakt der berühmten Turban-Story. Aber halt nur der Auftakt. Dr. Müller Wohlfahrt bei Dieter Hoeneß. Der kam zurück mit einem klitzekleinen, fleischfarbenen Pflaster. Hier rumpeln die Köpfe zusammen. Reinhardt musste an der Augenbraue abgeklebt werden. Und Hoeneß, sehr fair, mit dem Handschlag. Sie sehen, das sah noch nicht schlimm aus bei Dieter Hoeneß. Ein kleines, fleischfarbenes Pflaster beim Bruder von Manager Uli Hoeneß. Aber die Geschichte war längst noch nicht zu Ende. Trotz dieses Handicaps haute sich Hoeneß in einen Kopfball nach dem anderen. 20 Minuten mittlerweile vorbei. Stocker auf den schnellen Werner Heck. Mittelstürmer der Nürnberger. Werner Heck und Werner Dressel. Da wollte der Underdog den Elfmeter. Zweikampf zwischen Augenthaler und Dressel. Aber das war wohl eher etwas abgehoben von der Nummer 11, Werner Dressel. Das erste Pflaster hatte sich gelöst bei Dieter Hoeneß. Nun also die XXL-Variante. Quer über die hohe Stirn geklebt von Müller-Wohlfahrt. Das verunsicherte natürlich den Favoriten aus München. Geht es weiter mit Hoeneß, ja oder nein? Inzwischen musste auch schon Bayer Lorzer für Niedermeier ausgetauscht werden. Es lief nicht rund. Die Nürnberger wurden jetzt überlegen. Dressel auf Heck. Und hier ist Herbert Heidenreich. 27 Jahre jung, aber im Gesicht durchaus schon vom Leben gezeichnet. Herbert Heidenreich. Gut gespielt. Werner Heck, der Mittelstürmer, der über Mannheim und Saarbrücken zum FCN gekommen war. Und es blutete. Und es spritzte auf der Stirn von Dieter Hoeneß. Auch das Pflaster hatte nicht gehalten. Und die Nürnberger, sie marschierten. Schnapp eine halbe Stunde absolviert. Diesmal war es ein Foul von Audenthaler an Dressel. Freistoß also für den 1. FC Nürnberg, der sein Herz in die Hand nahm. Hier ist Werner Heck. Das war allerdings nicht so richtig gut. Und da kommt er wieder. Diesmal mit einem Mullverband. Eine kleine Schlafmütze über dem Pflaster von Dieter Hoeneß. Aber hält das jetzt? 30. Minute. Ballverlust von Niedermeyer. Die Nürnberger spielten es gut. Sie hatten im Viertelfinale die Top-Teams Gladbach und im Halbfinale HSV ausgeschaltet. Die hatten Selbstvertrauen in diesem Pokalwettbewerb. Weyerich, Stocker. Das ist der junge Thomas Brunner. Und hier der Österreicher Reinhold Hintermeier. Der sucht eine Anspielstation. Keiner kommt, auch keiner der Bayern. Also haut er einen raus. Ein Riesentor von Reinhold Hintermeier. 35 Meter. 1-0 Nürnberg. Und das war verdient. Manni Müller geschlagen. Er lieferte sich im Bayern-Tor. Ein Duell mit dem jungen Walter Junghans. 35 Meter. Und dennoch konnte der Keeper hier nichts machen. Genau getroffen. Reinhold Hintermeier. Der Außenseiter führt mit 1-0. Wir sind noch in der ersten Hälfte. Das ist Dremler für die Bayern. Und Dieter Hoeneß. Wieder mit einem Kopfstoß. Trotz klaffender Platzwunde auf der Stirn, haute der sich in jeden Ball. Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Bayern wollten noch den Ausgleich. Ihr zwölftes Finale der Vereinsgeschichte. Bislang hatten sie immer gewonnen. National und international. Schlimmer Fehler von Brunner. Was macht er denn da? Dicke Gelegenheit für Dieter Hoeneß. Kurz vor Ende dieser ersten Hälfte. Aber mit dem Kopf war er halt gefährlicher als unten am Brunner. Der junge Manager Uli Hoeneß. Dieses Spiel sollte der Auftakt sein für drei Titel in dreieinhalb Wochen. In der Meisterschaft lagen sie noch hinter dem HSV, dem Spitzenreiter. Und Aston Villa hatte eine schwache Saison in England gespielt. Die müssten doch zu packen sein im Europapokal-Endspiel. Aber Nürnberg machte Probleme. Nürnberg war gut. Werner Dressel verstolpert den Ball nach Fehler von Augenthal. Der Klub spielte es. Klasse. Diese Führung, das war kein Zufallsprodukt. Die Nürnberger waren in der ersten Hälfte besser. Die letzten Minuten des ersten Durchgangs. Dremler nochmal. Wird abgeblockt. Konterchance. Hintermeier. Ein genialer Pass. Dressel ist durch. Behält er die Nerven gegen Müller. Er behält sie und schiebt ihn rein. 2-0, 1. FC Nürnberg. Quasi mit dem Pausenpfiff. Er höhlen sie die Führung. Werner Dressel. Die Bayern zu weit aufgerückt. Müller will mit der Hand zum Ball außerhalb des Sechtingers. Glück vielleicht sogar für ihn, dass er nicht rankommt. 2-0. Welch Überraschung. Und bei den Bayern Hektik in der Kabine. Jetzt wurde Dieter Hoeneß auf der Stirn genäht. Das alles ohne Betäubung. Es wurde endlich der berühmte Turban angefertigt. Und die Bayern wollten natürlich den schnellen Anschlussstreffer nach der Pause. Nun übernahmen sie das Kommando. Kraus. Niedermeier. Und Hoeneß mit der Brust, mit dem Fuß. 48. Minute. Hier vorne auf der Bank übrigens Ersatzkeeper Walter Junghans. Der den Durchbruch bei den Münchner Bayern nicht schaffen sollte. Jetzt kam der Favorit. Über Dürrenberger. Das ist Niedermeier. Nach 25 Minuten eingewechselt für Bayer-Lorzer. Kurt Niedermeier scheitert an Rudi Kagus. Der hat in der Saison 79-80 beim HSV geschwächelt und war zum Aufsteiger aus Nürnberg gewechselt. Faustabwehr nicht optimal von Cargos. Dremler bleibt hängen. Dauerdruck jetzt in den ersten Minuten nach der Pause des FC Bayern München. Breitner. Von ihm bislang wenig zu sehen. Dremler mit der Flanke. Hoeneß auf Rummenigge. Der aktuelle Fußballer Europas macht es wieder scharf und spannend. Nur noch 2 zu 1. 54. Die Bayern waren wieder dran und Hoeneß, der gehandicapte Hoeneß, hat er vorgelegt mit seinem Turban auf Rummenigge. Bislang Rummenigge perfekt bewacht worden von Norbert Eder. Aber ausschalten konnte man diesen Weltklasse-Stürmer halt nicht. Paul Czernay, das sah schon wieder besser aus. Er war 1978 aufgerückt als Assistent des entlassenen Jula Lorand. Die Mannschaft hatte sich gegen die Verpflichtung von Max Merkel ausgesprochen. Und so der namenlose Paul Czernay, Trainer beim Top-Club aus München. Dürnberger, jetzt wurde es richtig dramatisch. Fast jeder Angriff ein Torabschluss. Bernd Dürnberger, nur 60 Sekunden nach dem 1 zu 2 aus Bayern-Sicht. Tolles Spiel und der 1. FC Nürnberg musste jetzt einfach auch wieder für Entlastung sorgen. Sonst würde es hier richtig eng werden. Aber sie schafften es kaum. Kraus. Jetzt vielleicht mal. Gutes Solo von Norbert Schlegel. Der Pass auf Werner Dressel. Torschütze zum 2 zu 0. Dressel auf rechts. Eine Stunde ist gespielt. Werner Dressel auf Herbert Heidenreich. Welch ein Pech für die Nürnberger. Der Schuss noch abgefälscht von Wolfgang Dremmler. Entscheidend abgefälscht. 3 zu 1 nach 60 Minuten. Das wäre es wahrscheinlich dann gewesen. So die Bayern noch im Geschäft. Horstmann. Der Ex-Kölner. Hünis liegt ab. Für Wolfgang Kraus. Ein Pokalexperte. Zweimal hatte er den Pock schon geholt. Mitte der 70er als junger Spieler für die Frankfurter Eintracht. Hünis auf Wolfgang Kraus. Die Arbeitsbiene im Münchner Mittelfeld. Wir sind jetzt Mitte dieser aufregenden zweiten Hälfte. Damals durchaus üblich, dass Abwehrspieler die schwere Lederpille nach vorne wuchteten beim Abschluss. Weyerich erledigte das für Karguss. Die Bayern jetzt mit Breitner. War Zweiter geworden bei der Wahl zum Fußballer Europas in dieser Saison. Hinter Rummenigge. Hier ist Karl-Heinz Rummenigge. Das ist seine Situation. Pfosten, aber Abstauber Wolfgang Kraus. Da waren sie wieder dran, die Bayern. 65. Minute. Es stand 2 zu 2. Diese Mannschaft war athletisch. Und sie konnte Druck machen. Die erste Hälfte völlig verpennt. Jetzt treten die Bayern auf. Vor allem Karl-Heinz Rummenigge. Eine typische Aktion von ihm. Kaum ein Stürmer war so dynamisch. Und Wolfgang Kraus unbewacht vom Elferpunkt. Jetzt sah es natürlich nicht mehr gut aus für den Außenseiter aus Nürnberg. Breitner. Auch er spielte sich frei. Hoeneß, Ablage. Rummenigge. Die Abwehr schwamm. Karl-Heinz Rummenigge wurde im letzten Moment noch abgeblockt von Alois Reinhardt. Dauerdruck des Favoriten jetzt. Weyerich und Reinhardt hauen sich da gemeinsam rein. Ganz anderer Spielverlauf als vor der Pause. Horstmann. Auch der Linksverteidiger marschierte mit. Breitner. Rummenigge. Rummenigge gegen Karkus. Kein durchdachtes Abwehrverhalten mehr in der Nürnberger Defensive. Und auch keine durchdachten Konter mehr. Wir sind schon in den letzten 20 Minuten der Partie. Nur der FC Bayern München in dieser Phase am Spiel. Das ist Kurt Niedermal. Niedermal. Rohrball. Das war ein Mittel. Denn da gab es ja Dieter Hoeneß und die umstrittene Szene der Partie. Es gibt Elfmeter. Für mich eine klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Gerd Hennig. Wolfgang Kraus mit einer Schwalbe vor dem Herrn. Da gab es keinen Kontakt. Er geht zu Boden. Geht ins Hohlkreuz. Und es tritt an. Paul Breitner gegen einen der besten Elfmetertöter. Den besten Elfmetertöter der Bundesliga-Geschichte. Karkus hatte 24 Mal gehalten in der Bundesliga. Hier nicht. Die Bayern hatten es gedreht. 3 zu 2. 72. Minute. Nach Rummenigge trifft auch der zweite Superstar. Paul Breitner. Aus 0 zu 2 macht 3 zu 2. Die Bayern vorne. Aber sie waren noch nicht durch. Die Schlussphase des hochdramatischen Endspiels von 1982. Paul Breitner hatte gerade per Elfmeter die Münchner Bayern in Führung gebracht. 3 zu 2. Nach 0 zu 2 Pausenrückstand. Aber Nürnberg gab nicht kleinen Ball. Vom Wiederanstoß weg. Die Chance für Heck. Werner Heck scheitert an Manni Müller. Es wurde immer aufregender. 5 Tore hatten die Zuschauer im Frankfurter Waldstadion schon gesehen. Und die Bayern, sie verteidigten es offensiv. Hoeneß mit einer lachhaften Schwalbe. Also der lange Lulatsch geht hier ohne Berührung zu Boden. Und Schiedsrichter Hennig fällt auf diese Leinschauspieler-Vorstellung ein. Da war ja gar nichts. Sah aber lustig aus. Der Freistoß. Arrogante Geschichte durch Breitner und Rummenigge. Sie hatten halt ein etwas überhebliches Image mittlerweile. Auch ein paar Czernay häufig mit Seidenschal auf der Bank. Diese Mannschaft war längst nicht so beliebt bei den Fans wie das junge Team Anfang der 70er Jahre. Aber Fußball spielen, das konnten sie. Rummenigge konnte nicht durch und der nächste Freistoß. Diesmal zurecht, gegeben von Schiedsrichter Hennig. Rummenigge. Aber ein echter Freistoß-Experte war er nicht. Ein schöner Ball zum Fliegen für Rudi Kagus. Aber die Bayern hatten die Torchancen. Nürnberg brauchte aber ja das Tor zum 3 zu 3. Noch vier Minuten zu spielen. Das ist Alois Reinhardt. Das ist der eingewechselte Reinhardt Brendel. Der Ball kommt nicht an. Nürnberg um Spielaufbau bemüht. Aber das war jetzt sehr fehlerhaft in dieser Schlussphase. Dürrenberger steckt durch für Rummenigge. Einer, der den Ball halten konnte. Karl-Heinz Rummenigge. Wieder Dürrenberger. Bernd Dürrenberger. Wieder Rummenigge. Und jetzt kommt der Schuss. Und diesmal ist Kagus schon ganz anders gefordert. Es sah souverän aus, was seine Mannschaft in der Schlussphase machte. Paul Czernay kurz vor dem ersten DFB-Pokalsieg unter seiner Regie. Zweimal konnten sie schon Meister werden mit diesem Trainer aus Ungarn. Die 89. Minute. Horstmann. Wieder der Angriff über links. Diesmal Paul Breitner diagonal gestartet. Und der spektakuläre Schlusspunkt. Dieter Hoeneß, der Turban-Mann, macht es mit dem Schädel. Zweimal hatte er schon per Kopf entscheidend vorbereitet. Diesmal sogar das Tor. 4 zu 2. Die Entscheidung. Dieter Hoeneß. Es war sein Spiel. Diese 90 Minuten machten Dieter Hoeneß zur Legende. Wahnsinn, wie hoch der da steigt. Und mit diesem ganzen Druck und Pulsieren hinter der Binde drückt er ihn an. Aber hier war immer noch nicht Schluss. Auch Nürnberg hatte nochmal eine dicke, dicke Gelegenheit. In der Nachspielzeit Werner Heck und Manni Müller verhindert das siebte Tor des Nachmittags. Welch ein großes Endspiel. 2 zu 0 hatte der toll aufspielende Außenseiter aus Nürnberg zur Pause geführt. Aber die Bayern mit ihrer Routine, mit ihrer Wucht hatten die Geschichte gedreht. Die letzten Sekunden. Niedermeyer drischt den Ball nach vorne. Und dann schaute Gerd Hennig, der mit der umstrittenen Entscheidung zum Elfmeter maßgeblichen Anteil am Triumph der Bayern hatte, auf die Uhr. Und das war's. Deutscher Pokalsieger 1982. Der FC Bayern München. Nach elf Jahren Pause holten sie sich also wieder den Pott. Es blieb allerdings der letzte Titel unter Paul Tschernay. Die Meisterschaft konnte nicht errungen werden. Deutscher Meister wurde der HSV. Und völlig überraschend ging auch das Europapokal-Endspiel gegen Aston Villa verloren. Nach einer erneut titellosen Saison 82-83 wurde dann Paul Tschernay durch Udo Lattec ersetzt. Aber dieser Nachmittag 1982 war vor allem das Spiel des Dieter Hoeneß links mittlerweile ohne Torbahn. Die Stirn durchblutet, völlig geschwollen. Er hatte zweimal aufgelegt und einmal mit dem Kopf getroffen. Das Spiel des Dieter Hoeneß, Paul Breitner mit dem Pott. Auch sein letzter Titel, der DFB-Pokalsieger 1982, hieß Bayern München.